Willkommen zurück zu meinem Let's Play XCOM UFO Defense. Das letzte Mal haben wir begonnen, vollkommen irre in Casablanca mit unseren Leuten zu landen und dort zu sterben wie die Fliegen. Also drei von uns sind bereits verstorben, vier von uns sind bereits verstorben und der fünfte ist on the brink of death. Also wenn wir jetzt nochmal heilen. Ich glaube ein Painkiller und Stimulant macht mehr Lebenspunkte. Ok, er lebt noch. Gut. Müsste da nicht irgendwo noch ein UFO sein? Wo ist das hin? Hm. Hm. Geh mal in Deckung. Hm. Ha. Da ist es. Wo ist das ein anderes? Ich hoffe es ist das gleiche. Anyway, wir schießen drauf. Es ist rund, es hat Kumpel, das wir nicht sehen. Wir haben dreimal getroffen und haben dreimal daneben geschossen. Schwer zu sagen. Lorna Shaw, du bist ja super. Firing Accuracy 72. Hm. Na gut. Ok. Eine Rakete haben wir noch. Der steht im Freien. Der steht im Freien. Aimed Shot. Das heißt, not enough time units. Missed. Snapshot. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Es brennt. Alles brennt. Boden. Knarre. Schieß nochmal drauf. Wow, wie in einem Actionfilm. Wir werfen den Rocket Launcher von uns, um sofort eine Knarre zu ziehen und drauf zu schießen. Sehr gut, sehr gut. Mal schauen. Haben wir da eh nicht mehr Verwundete oder so irgendwas. Ne. Schaut gut aus. So. Puh. Du gehst dann mal nach hinten quer und schaust, ob da hinten noch was lebt. Hm. Schaut gut aus. Was ist da zu Ende? Wahnsinn. Der hat da schon ziemlich viel zerstört. Ah, da ist auch noch so einer. Hm. Können wir da drauf schießen. Schade. No line of fire. Ja. Hm. Was war das? Und knie dich hin. Der müsste das doch eigentlich auch schießen. Abschießen. Genau. Hm. Piu. 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 Und alle drei weg. So. Da ist einer. Da ist einer. Auf was für einen schießen wir? Auf den. Nein. Auf den. z. Und wenn der andere stirbt. Auf den miedo. Dann nimmt er mindestens 13 Leute mit in den Tod, oder? Na, ist wurscht. Haben wir da jetzt gerade wieder einen Menschen erschossen? Ich hoffe nicht. Haben wir noch einen Snapshot da? Was soll's? Wir schießen wie die Irren um uns. Schon allein deswegen war es ganz gut, dass wir auf die Laserkanonen umgestiegen sind, weil wir sind da. Ja, gibt's denn das? Okay. Oh, schießt's hier. Ihr Irren. Boah, das Spiel speichert von alleine, weil es meine Saving-Politik missfällt. Dieses nur einmal speichern beim hinfliegen ist nicht so ganz seins. Ein kurzer Schluck. So, sehen wir den noch? Ich sehe gar nichts. Nein, wir sehen da gar nichts mehr. Schade, das hat sich verbarrikadiert da hinten. Hm, dieses Disk-Ding. Ärgerlich. So, oh, du siehst noch was. Da drinnen. Da oben. No Line of Fire war ja abzusehen. Wir brauchen auch irgendwas zum zum Fliegen. Komm schon. Ah, das ist zwei weiter auf. Mist. Das nimmt der Deckung. Ja, wurscht. Du gehst da her, damit du selbst auch Deckung hast. So, gibt es da noch irgendwas in diese Richtung? Ah, wusste ich es doch. Der hat sich da nur versteckt hinten. Hm, der Fäckling. Ich sage das nur ungern, aber doch nicht so ist ein Wahnsinn. Na, wir gehen jetzt zurück. Zunächst war es vielleicht ein Wahnsinn, aber danach, hm. So, du gehst da her. Ja. Ja, triffst du. Ah, von dir habe ich nicht mehr gehst. Also, viel kann das ja jetzt nicht mehr aushalten. Hoffe ich doch. Ah, es lebt noch immer. Sieh, wie du bist ein Held. Aber leider nicht Held genug. So, da unten. Treffen wir von hier. Müsste eigentlich funktionieren. Wo schießt du hin? Und noch. Ah, noch ein Autoshot geht sich aus. Na, immerhin. Dreimal getroffen. Du müsstest eigentlich auch treffen. So, wenn der von Tag getroffen hat, treffen wir von hier doch sicherlich auch. Nein, wir treffen nicht. Aber das liegt nicht. Aber das liegt nicht da. Du hast es gedankt. Das Ding ist hin. Hätte ich jetzt nicht mehr gedacht, dass das passieren würde. So. Wie viele von diesen Dingen haben wir jetzt schon erledigt? Eins da oben. Zwei hier. Drei, vier, 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 fünf da oben. Das ist das sechste. Und das gehört auch noch erledigt. Ah, noch ein Alien. Verdammt. No line of fire. Das Gedanke sind um die Ecke gekommen. Mit etwas Glück habe ich nicht mitgekriegt, dass wir da waren. So, warte mal. Da ist aber noch einer. Das heißt, da unten haben wir eh genug Leute, die mit dieser Disc fertig werden. Schau mal. So, komm schon. Stirb. Wie oft muss ich die eigentlich treffen, damit sie stirbt? Öfter. Ach Gott. Und noch ein Torper. Wie viele sind denn noch da? So. Oh, du Schuss. Das ist gut für die Moral. So, jetzt haben wir wie viele verloren? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bist du teppert. Das ist noch schlimmer als beim ersten Mal. Okay. Okay. Kann ich einen Snapshot auf das Ding machen. Schade, das hat mich getroffen. Ich schieße, das haben wir jetzt schon so oft getroffen. Wieso stirbt es nicht? Was ist das? Keine Ahnung. Wir schießen da mit drauf. Können wir drauf schießen? Nein, leider nicht. Ja, okay. Geh wieder in die Knie. Geh wieder in die Knie. Ouf. Oh. Come John. Nein, was da war? Nein, kein Autoschuss, Snapshot, er ist ja doch noch gestorben, das hätte ich jetzt nicht mehr gedacht. So, da drüben ist noch ein Fiesling, um den kannst du dich kümmern, oder? Tatsache, hmm, ausgezeichnet, ausgezeichnet, zumindest sehen wir jetzt keine mehr. Aber ich fürchte, es ist hier noch irgendeine Disc, eine von den Discs ist sicher noch da. Oh. Silvio geht da rüber. Und geh in die Knie. Na schon. Das ist ja nett. Das hat nichts gebraucht. Wieso sind die alle schon tot? Ah, ok, diese Munition ist ganz gut, offensichtlich gegen diese Aliens. So, und hier müsste noch irgendeiner sein. Ich glaube da hinten war der, der ist gleich da hinten rein. Kann das sein? Hm. Da ist es. Ich bin das Alien. Könnten wir auch irgendwas treffen, oder lassen wir das? Jetzt. Das war. Das war nicht. Hier ist auch weiter vor, quer durch den Rauch. Okay, da ist das auch aus, ich hoffe doch, dass es jetzt bald zu Ende ist. Da weiß ich nicht genau, was er tun soll. Gut, ein Alien, ein hoffentlich gleich totes Alien. Auch den Alien treffen und nicht nur die Wand. Danke, Naomi. Bist du wahnsinnig? Wir haben aufgeräumt hier. Da steht kein Dings mehr. Ich weiß nicht, was schlimmer war, der Terror von den Aliens oder unser Einsatz hier. Bist du wahnsinnig? Okay. Wo geht da her? Wo bist du da hin? Nein. Ich glaube, es gibt keine Aliens mehr. Ich glaube, wir haben sie alle erledigt, endlich. Das war ja nicht so schlimm. Okay, da ist aus die Karte. Gut. Eine relativ kleine Karte eigentlich, für das das ein Terror-Einsatz war. Sehr geballt, die Aliens hier. Ah, da ist noch einer. Gar nicht schön. Können wir den treffen? Ach, da ist noch einer. Ist das schrecklich? Ja, es ist schrecklich. Kannst du auch irgendetwas treffen? Ach, shit. Wir hatten da einen. Ach. Mist. Da war jemand noch nicht tot. Hm. Oh, er hier. Ja, mit der dicken Knarre. Okay. Vielleicht werden wir das Ding wirklich neu starten. Jetzt sind bereits sieben Leute verstorben. Das ist das, was wir gesagt haben, ist unsere Grenze zu. Das ertragen wir gerade noch. So. Ach, Mist. Schade. Gott sei Dank. Ich denke, der war genau so unfähig wie wir. Silvio. So. Warte mal. Auf diese Höhe müssen wir. sehr gut. Kannst du auf den noch schießen? Hm. Hm. Nö. Kein Line of Fire. Ist okay. Okay. Hm. Wo bist du? Zeig dich. Okay. Okay. Na gut, wir gehen mal da. Hier. Vielleicht habe ich doch einen zu schweren Schwierigkeitsgrad eingestellt. Ist vielleicht doch nicht so klug gewesen. Hm. Schauen wir mal. Hm. Ich finde das sicher interessant. Wir zerstören die gesamte Einrichtung hier. Das war jetzt keiner von uns, oder? Das war jetzt irgendein Passant. Hm. Ja. Weg ist er. Nein, das war einer von uns. Okay. Ja. Ich finde ich Tja Hm Ich weiß nicht ob diese Aim Shots irgendwas bringen Wir machen alles kaputt Ok Geh Deckung Ah von da sehen wir dich auch Na dann Schießen wir uns den Weg frei Ok Ich hoffe es sind da keine Zivilisten mehr Ok Aber jetzt Ah Mist Bisschen können wir aber nicht drauf schießen Ärgerlich Ok Oh yes Und noch hat er tot Oh Oh Hm 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 Können wir von Tauch durchschießen Schade Können wir nicht Obwohl Soviel kann da nicht im Weg sein Naja Ah ich wurscht Wir hoffen einfach dass er auch nicht durchschießen kann Ah jetzt schon So 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 Gut Das ist schrecklich Das ist schrecklich Ist das ein Total Party Wipeout Das ist ein Total Party Wipeout Ist das ein Total Party Wipeout Ich glaube nicht dass es ein Total Party Wipeout wird Dazu gibt es noch zu viele von uns Aber es ist relativ nah Ich glaube, er kann weiter näher schießen vom Lande. Obwohl, wenn wir weiter so gut schießen, bist du wahnsinnig. Dieses Haus haben wir niedergefetzt. Viel näher ran will ich auch nicht, wer sonst explodiert hat. Es gibt dann noch zwei Leute, die nicht in den Tod. Vor dem Haus steht noch was. Ja, das obere Stockwerk. Okay, machen wir Schluss. Oh Gott, das war schrecklich. Okay, wir haben 19 Aliens Killed. Bist du deppert? Das waren nicht wenig. Das heißt, wir haben noch immer mehr gekillt, als sie von uns. Wir haben nur zwei Sivilien saved. Sieben Sivilien sind gestorben. Davon sechs durch Aliens und einen durch Kollateralschaden. Oh Gott. Und wir haben zehn XCOM Operatives verloren. Nein, wir müssen das neu laden. Das geht nicht anders. Herrschaften. Ich hoffe, ihr verfolgt es nochmal, wenn ich noch ein zweites Mal versuche, Casablanca vom Terror der Aliens zu beschützen. Jetzt werde ich auf jeden Fall schlafen gehen. Das war ein ausgezeichneter Kampf. Wir haben das ausgezeichnet schlecht gemacht. Für Hinweise aus dem Publikum bin ich sehr dankbar, auch wenn ich sie erst lesen werde, wenn ich schon lange weiter bin, weil ich doch um einiges vorausspiele. Okay. Also dann. Bis dann. Tschüss euch. Ich.